Grad Nummer 3. Ich sitze im Moment gerade ausserhalb vom Hotel, gerade gegenüber dem Haus, das ich ja mieten will. Jetzt haben wir schon mal ein paar Abklärungen gemacht, wegen der Geschäftsregistration und so weiter, all die Papiere, die es braucht zum Anmelden und so weiter. Also nochmal, das wäre das Haus, das ich gerne mieten würde. Ich habe jetzt gerade einen Tuk-Tuk-Treiber bestellt, weil ich jetzt nochmal schnell in einen Supermarkt gehe, wo es anscheinend alle Sachen gibt, über Elektronik, über Grocery-Store und so weiter. Es gibt zwei anscheinend, eins ist der Lucky Market, das dürfte die grössere sein, der andere, ein bisschen familiärere, ist der Anchor Market. Die beiden sind ungefähr gut zwei Kilometer von da entfernt. Mal schauen, was mich dort erwartet. Ich glaube, ihr braucht es schon.